Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student in unserem Test-DAF-Vorbereitungskurs zum Thema Altpapiersammlungen. Hier nun eine Übung zum Kapitel 3, Präposition und Deklination. Ein ganz schwieriges Kapitel der deutschen Sprache und Grammatik. Hier zur Übung ergänzen Sie nun in der Übung 5 die fehlenden Präpositionen bzw. Endungen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und auch viel Spaß. Sollten Sie hier noch Schwierigkeiten haben und Lücken aufweisen, so verweise ich Sie zu unserem Kapitel 3, Präpositionen im Grundkurs 1. Und dort auch zu den Grammatik-Tafeln. Tschüss.